Es haben schon viele gedacht, die haben da diesen Algorithmus da entdeckt, wie das Roulette funktioniert, aber ich glaube, es haben schon viele, 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 viele ihre Fettbäben da verzockt. Die dachten, sie hätten es geknackt. So, türkisch armert vor, es ist 60TP gegen ihren 100, ich würde sagen, der 60TP würde auf der Map, ohne A-Team macht der alles platt. Erstmal einen ordentlichen Spot geliefert, so wieder runter, der LP macht mich auf. Also, der Spot ist jetzt einfach nur Information, wer was wohin fährt. Und tschüss, das war der Gegner-Scout und somit gibt es keinen Scout mehr. Auf der Gegner-Seite. Die 7 weiß ganz genau, dass es keine Artie gibt. Und ich weiß ganz genau, dass sie keinen Scout mehr haben. Weiß nicht, ob ich... Soll ich mal probieren, ob ich hier oben aufgehe? Nö, geh nicht auf. Ich geh nicht auf, dann kann ich jetzt Damage machen erstmal. Gibt ja keinen Scout. Er hat sich ja verabschiedet in der ersten Sekunde. Geht einfach Damage machen hier oben. Bis ich oben hier gespottet werde. Ach komm, er dreht sich wieder. Jetzt hat er sich so hingestellt, der E-75, dass ich ihn nicht pennen kann. Gutes Team, ja? Gegner-Team. 10 out of 10. World of Farming Simulator, oder wie sie es heißt. Soll ich spotten, BZ? Ja, hat was gespottet. Auf geht's. Geht gleich weiter. Ich mach nochmal. Was hab ich gesagt? LOL! World of Tanks Farming Simulator 2008 Edition. Okay, genug gespottet wieder. Jetzt geht's weiter mit Damage. Ach, fuck! Schöner Schuss und vergeigt, ey. Okay, geht wieder weiter. Ich fahr nochmal hier hin. Hier schlägt's immer blind ein. Sind alle noch mad. Sind alle mad auf mich. E-75 steht immer noch so, dass ich ihn nicht pennen kann. Der schießt ja auch blind. Oh, wie sie alle da jetzt frustriert sind, ne? Guckt euch das an! Ich stehe ja nicht mal im Busch in E1 drin. Gleich ist mein Gold, alle. Gut, ich würde sagen, nochmal scouten. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer da in der Mitte. Gibt's keine Artie? Gibt's keine Artie? Dann meinen sie alle, sie sind alle dafür da, in die Mitte zu fahren. Okay, jetzt hab ich kein Gold mehr. Jetzt war ich einfach mal spotten, okay? Kann jetzt sein, dass ich sterbe, aber das Game war jetzt schon mehr als dezent. Lalalalalala. Trololol. Trolol. Gib mir 10k, komm, Guind. Come on. Oh, shit. Wehe, der tötet mich jetzt hier. So kann ich nicht abtreten. Gib mir 10k, gib mir mehr. Gib mir 11k. Gib mir 15 zu 0. Oh. 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 Hallo, YouTube. Spiel war im Grunde gewonnen, als der Gegner, Scout draus war. Sag ich doch. Habe ich doch am Anfang gesagt. Was habe ich gesagt? Hallo, YouTuber. 3300 Damage gesniped. 8800 gespottet. Keine Kills. 1600 Base XP. 160.000 Profit. Und jetzt rief wir 11k,